Guten Tag, ich sehe Sie schon einige Zeit hier stehen, wenn ich Ihnen etwas empfehlen dürfte. Der hier hat einen natürlichen Fruchtgehalt von 15 Prozent und wird gerade zu einem Einführungspreis... Habe ich Sie um Hilfe gebeten? Das ist ja meine Aufgabe. Die Produktvielfalt ist enorm und da dachte ich, ich könnte Ihnen ein bisschen... Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein freier Mensch. Ich treffe meine Entscheidung selbst. Damit befinde ich mich auf dem Boden des Grundgesetzes und der Menschenrechte. Und jetzt lassen Sie mich mit Ihrem Faschistoid, diktatorischen Kaufimperativ bitte ganz fein in Ruhe. Entschuldigung, ich wollte... Danke. So, jetzt brauche ich noch Zahnpasta. Papa, darf ich eine Süßigkeit? Aber ja, mein Kleiner. Was möchtest du denn? Schokolade? Als Tafel? Als Riegel? Als Kuchen? Oder lieber ein Weingummi? Als Bärchen? Als Fläschchen? Als Früchtchen? Oder ein Bonbon? Sahnig? Minzig? Zuckrig? Schokolade. Untertitelung des ZDF, 2020